ähm, Pattern, bitte. Okay, geben wir nochmal Quarz-Eisen. Ähm, Pattern? Nein, nur Pattern wollte ich so. So ein Paarchen, so. So, und zwar. Ähm, Darksteel. Darksteel macht man Eisen-Coldust. Was für einen Coldust habe ich denn hier zum Craften-Cold? Der hier. Coal-Powder. Coal-Powder von Ender Eye All. So. Den kann ich auch benutzen, oder? Ja, kann ich auch benutzen. Wunderbar. Dann könnte ich auch Odd-Dictionary anmachen, ne? Dann nimmt er jedes Cold-Powder. Dann haben wir Darksteel. Ähm, Darksteel. Darksteel Balls. Ein einfaches Crafting-Rezept. Darksteel. Dann den, ähm, dann hätte ich gern den Exporter. Dann ein Upgrade. Und dann ein Crafting-Upgrade. So. Was ist das da? Ähm, Crafting-Table und Redstone. Ähm. Äh. Oh, das ist lange gesagt. Komisch. Hä? Hä? Oh. Schrei mal nicht so ins Ohr. Meine Güte. So. Redstone. Redstone. Da. Cool. Das Upgrade. Dann gehe ich mal Aufzug hinpacken. Geht das? Ähm. Dich, dich. Dich. Okay. Äh, das ist ein... Ein normales Crafting-Ding. Und das ist ein Alois-Meld, der Ding. Perfekt. So. Geht das Wort Input. Neunzig. Die sind jetzt aus, hm? Ja, die sind alle leer. Okay. Die 90 kommen von den Wasserrädern. Da, äh. Das ist eigentlich nur 90. Das ist ein bisschen wenig. Neunzig. 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 Ich... Ich muss doch locker 700 kommen, oder so. Ah. Okay. Die laufen ja alle über die da. Dann müsste ich vielleicht hier mal... Das muss ich mal ausprobieren. Transformator hinzustellen. Mal gucken. So. Äh. Da war ich ein... Ah, ja, Export. Crafting-Upgrade. Achso. Ich muss doch da holen. Upgrade. Ein Crafting-Upgrade. So. So. Ähm. Ich müsste ja hierhin dran bauen dann leider. Hm. Oder warte mal. Ah, es geht mal auch anders dahin, glaube ich. Gib mir mal... Haben wir sowas? Hm. Ich glaube nicht. Hm. Was könnte ich denn machen? Hm. Wo passt nur ein Ding rein? Nur ein einziges Deck oder ein... Wo ist das Ding? Ähm. Wie ist das Ding nochmal? Äh. Ich bin total bescheuert jetzt. Ähm. Ich bin total bescheuert jetzt. Da bin ich. also hier so ein... Animan-Ding. Und... 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 Zwei Empowered... Diamanten. Okay. Zweimal Leben. Hellblau. Und... Glay. Wenn ich gleich einen ganzen Block mache... kurz das gleiche. Okay. Glay, Glay, Glay und Light Blue. 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 Light Blue. Und... Glay. Und... Ähm. Light Blue und Glay. Und das... Ahja. Diamant. So. War doch richtig so, oder? Was? Äh... Ja. Okay. Also. Einmal das. Und dann Emo das. So. 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 Und dann das. so ja ich bin aber furchtbar findet und fest betrieben eigentlich ja gut ich will jetzt halt so da kommen schon dankeschön so schlafen und es reicht die energie nicht apropos energie storage haben wir denn eigentlich so einen großen energie storage eigentlich nicht capacity banks 20 millionen okay ich habe gar nicht auto gekraftet okay mache ich jetzt aber mal eine die beste bank elektrische stil habe ich schon den habe ich auch schon das müsste ich eigentlich auch haben die nackes ab weiß ich nicht die nackes habe ich den da habe ich auch warum zum geier habe ich dann keinen okay das ist ja nur noch die hier zack so immer eine hin immerhin cool noch mal dann hat man das andere zeug hier so und war phantom face hier ob das überhaupt hinhaut was ich da vorhaben ein phantom face mit dem phantom connector 2 davon 2 davon macht ja nichts so geht nicht und zwar wenn ich jetzt das phantom face stellen das in grunde das ist gerade eine dumme frage kann ich erinnern ob noch mehr maschinen hin ich ja nicht autokraften würde ich glaube da an dir schon ausbauen da war ja was geht das überhaupt großartig eigentlich nicht ne groß in diese richtung ausbauen aber eigentlich relativ ja gut ich kann ja mal eine probebohren machen ich muss gucken wo ich das zeug hinstelle da kommt das da auch woanders dahin damit komme ich denn so da haben wir schon eine legende wand das ist die mopfhalle aber im stück komme ich noch ein das ist noch in Ordnung kann ich nämlich weitere maschinen hinstellen hier ist die schmelze kann ich zum beispiel hier noch hier kraft er hinstellen und die maschine davor so technisch gesehen das ging sogar noch hier muss ich halt nur hier die wand irgendwie einheitlich machen so interessiert briggs oder so damit das wissen was aussieht wie soll ich meine ne glaube ich hoffe ich doch das ging schon ganz genau so ok 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 Vielen Dank.